Willkommen zu Ravys Stream Highlights Ich bin ab, Leute. Ich streame jetzt. Wenn ihr das Video seht, dann streame ich schon. Krass, oder? Bis gleich. Hey! Hey! Man steht da nicht! Man steht da nicht! Als würden da nicht zwei Leute sein. Ja, man, der steht in der Mitte! Wie spielt die da? Junge! Hey! Man tut wieder überhemden! Dafür sind wir hier! Du dummer Penner! So küsst euch nicht! Doch, küsst euch! Dieses Universum! Nein! Nein! Wirst du nichts machen! Oh, doch! Oh, oh! Egal, was du machst, lass es sein! Lenny, ich glaub, wir brauchen keine Waffen für ihn. Fäuste reichen auch. Es ist mir sch... Nein! Okay! Oh, oh! Wie witzig! Lauf! Lauf! Lauf, Lenny! Lauf, Lenny! Ich kann ihn nicht alleine lassen! Er ist doch schon halb tot! Wir können doch überle... Das ist mir egal! Ich verfluche dich! Du Rupert! Schieß ihm in den Kopf! Schieß ihm in den Kopf! AHHHHH! LENY! 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 Oh mein Gott, Moment. Ach du Kacke. Ach Gott, oh Gott. Oh Gott, oh nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich bin so froh, dass du nicht mehr den Forzklingelton hast. Ich kann mir halt vorstellen, dass der halt wirklich so lange weg war. Marconi, jetzt noch bummst du gerade mein Bein? Junge, was ist mit dir? Bist du eigentlich komplett lost, Junge? Hast du gerade mein Bein ge... Alter? Digga. Nee, brauchst mich jetzt nicht lecken. Hast du gerade mein Bein ge... Wieso denn, wann machst du denn sowas? Okay. Ey, Revi, du Bot, schenk mir das Spiel. Ich lade es mir runter. Spiele gegen dich, wenn du gewinnst, löchle ich das Spiel. Zangju, was hältst du davon, wenn du einfach deine Hausaufgaben machst, die du von der Sonderschule bekommen hast? Was war das denn, Digga? Kannst du noch nichts zum Huck legen? Ja, Moment. Vor mir. Wo kommt das Kabel her? Siehst du, Leni? Ich stehe hier meinen Mann, ne? Das ist absolut großartig. Ich bin auch super stolz auf das Wörter. Boah, Leni, ich habe das Gefühl, dass du wirklich sauer auf mich bist. Ich glaube, ich fahre jetzt besser, bevor das Ganze jetzt hier noch eskaliert. Ich bin hier nicht sauer auf dich. Ist doch deine Freundin. Ah, vielleicht bald. Echt jetzt? Mal gucken. Ich weiß nicht, hat Hucka was gegen dich oder was? Nein, Hucka ist auf meiner Seite, aber wenn jemand anders hat was gegen mich... Sag mir doch einfach den Namen. Nein, darf ich nicht. Das macht nur Ärger. Du darfst nicht. Irgendeinen Namen sagen? Tobi? Komm mal her, probieren. Ich kann nicht mehr sprechen. Komm mal her, bitte. Ich habe ihn gegessen. Komm her, bitte. Ich gehe auch, dann ist was mit Corona kein Ding. Die können nicht hin... Nee, nee, ich würde gerne mit Ihnen beiden fahren. Negativ. Sind sie... Nee? Ist hier schon das Nord-Tor? Ja. Oh scheiße. Ja, wollen wir noch Nummern tauschen oder so? Wie machen wir das jetzt? Negativ, so. Also, wenn es nach mir geht, ich fahre auch nochmal gegen die Wand. So ist es nicht, ne? Na, sie können auch schon sagen, wir auch... Geil, Alter. Endlich mal von Frauen kennenlernen. Weikommen. Tschüsch ab. Du kachbe mit deinen hässlichen Füßen, Digga. Da wird nicht mal orange-morange drauf... Das sind auch die Ekelfüße. Was war das für ein Tier? Was war das, Alter? Was war das, Junge? Hä? Ich zeig mich noch nicht, mein Tipp hier. Digga, es ist so klar! Für zwei Portionen brauchen wir 12 zu L Whisky. Das ist... Wow. Ich hab auch wie gesagt hier noch so ein Ring. Möchtest du den haben? Nein. Gut. Ich hab auch wie gesagt hier noch so ein Ring. Ich hab auch wie gesagt hier noch so ein Ring. Ich hab auch wie gesagt hier noch so ein Ring. Ich hab auch wie gesagt hier noch so ein Ring. Ich hab auch wie gesagt hier noch so ein Ring. Ich hab auch wie gesagt hier noch so ein Ring.